ARD Text im Auftrag von Funk Wagen Sie es nie wieder, auch nur einen Fuß auf dieses Gelände zu setzen Wie heißt du? Milo Emil Morgen ist der letzte Treter, dann fliegen wir zurück nach Paris Berlin ist im Ausnahmezustand, die haben die Ost-West-Grenze zugemacht Aber ich muss dringend ans Defaz Treten Sie zurück! Außerdem sitzt sie längst in ihrem Flieger Sie ist weg Ich habe die Idee, wie ich Milo wiedersehen kann Du willst einen Film herstellen? Ja Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste und schönste, was ich je gehört habe Was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand Ein Prestigeprojekt des Sozialismus Journalismus Tja, dann geh ich mal Drehbuch schreiben Du willst dir alles aufs Spiel setzen, nur um mein Mädchen wiederzusehen? Von dem und gar nicht weißt, ob ich dich auch wiedersehen will Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du Kleinerstelle mit Hausverbot und jetzt bist du Regisseur Ich wusste gar nicht, dass du und... Ja Wenn jemand rausfindet, was du hier absiehst, dann landest du im Knast Du hast hier nichts zu bieten, in diesem eingemauerten Land Sie wissen, was sie zu tun haben? Ja Und bitte! Geh nicht zurück nach Paris Ich kann nicht hier bleiben Ich kann es nicht Für Tickets und mehr Informationen, visit stonybrookfilmfestival.com Okay, die sind die Schöne zu kommen Wie wird die Schöne? Ja Ich kann es nicht Wie wird die Schöne? Wie wird die Schöne? Was, das wird von der Schöne? Ja Nein Wie wird das ist der Schöne? Die Schöne?